Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 26. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Es sind gerade die Wagengeborenen, besonders die Wagengeborenen, die am 18., 19. oder 20. Oktober Geburtstags haben. Diese Glücksenergie strahlt aus und das empfangen auch die Wassermanngeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Und wo liegt das Glück? Das ist eine kleine Reise, Bewegung in vertrauten Umgebung oder ein Geschenk oder eine Einladung, ein Besuch oder ein Fest in Verwandtschaft, in Nachbarschaft, im Ort oder in die Nähe Umgebung. Glück kann auch bedeuten, ein Umzug, also eine neue Umgebung zu finden und bringt dieses neue Umfeld, das Glück. Aber wir haben auch Glück in Schulungen oder an einer Prüfung und haben wir auch Glück auf eine kleine Reise. Wo liegen die Hindernisse? Es kommt immer wieder mal vor im Leben, dass wir mal Lernaufgaben haben oder wir sollen dann die Hindernisse überwinden. Es kommt von einer weiblichen Person und diese weibliche Person kommt zwar freundlich oder bietet die Freundschaft an, aber die Absicht ist nicht so gut, weil das liegt Stein im Weg. Also wir sollen auch achtsam sein, ein bisschen vorsichtig sein und nicht jedem Vertrauen in unsere vertrauten Umgebung. Wenn jemand Interesse hat, ihren Glückstage zu berechnen oder die Hindernisse erkennen oder brauchen einen guten Rat, wie man die Hindernisse überwindet, dann helfe ich gerne. Und meine Aussagen basieren auf wissenschaftlicher Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.